Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde in einem roten Salon, wie ich ihn gerne nenne hier. Hier habe ich eine 1995er Fender Custom Shop 54 F.M.T. Flower, Maple, Tatte, geflamed und was nicht alles. Das Ding kann alles, sag was kann nicht. Ist bekannt für folgenden Sound. Oder aber auch, ist natürlich eine typische Strat, das heißt. Solche Sachen halt. Ich mache mal kurz den Chorus aus, die Layout, bisschen Hall drauf und natürlich... ... Musik Musik Musik